Mal passieren, du verpissst, der war und dauernd. Ja, das kann man so jetzt nicht sehen. Doch. Nee. Doch? Nee. Doch, Udi, das ist ja gerade selber bestätigt. Ja, komm, kennen wir schon. Oh, ab geht er. Bist du? Wir müssen lang. Hinter uns. Jetzt stirb doch mal, du Hund. Dann müssen wir aufs Dach. Du musst jetzt mal hinter dir noch die Aue schalten. Warum kommen die alle her, Alter? Ich komme ja irgendwie aus dem Nichts. Ja, auf dem Dach ist nur ohne einer. Mach du mal da hinten, ich renne vor. Auf dem Dach ist gut. Der ist im Gebäude drin, der Sack. Klasse. Muss ich erst mal durchs Haus rennen. Da komme ich gar nicht hoch. Das ist doch beschissen. Soll ich da hochkommen? Da kommst du gar nicht hoch, Alter. Der ist im Haus drin, aber durch die Treppe innen drin kommst du nicht durch. Granate hochschmeißen. Der ist im Haus, nicht auf dem Dach, im Haus. Im Haus im zweiten Stock. Mal gucken. Der ist Overkiller, eine Meldung, da jedes Mal kommt, das nervt auch. So. Ihr kennt eure Befehle, also haut rein. Weg mit denen. Da oben ist er, zack. Den habe ich nicht gemeint. Den da. Triffst du nicht? Jetzt ist er Matsch. Geh weiter. Da sind noch welche. Geh weiter. Da ist noch Ena. Geh weiter. Panzerfaust runter. Gut gemacht. Wieder ein arm Haus. So. Scheiße. Nein. Na, starte, starte, starte. Hm? Hättest du den L2 drücken können? Nee, hätte ich nicht. Ich hätte nicht drücken können, weil du mir die ganzen Feinde weggenommen hast. Deshalb habe ich nichts gekriegt an Punkten. Ich hätte starten können, hätte ich es gemacht, hätte ich es gemacht. Konnt, ich habe aber nichts. Willkommen bei Overkillers. Ja, komm. Okay, viel Glück. Los jetzt, Ladies. Angriff. Oh, der auf dem Dach ist weg. So, der im Haus ist auch weg. Der ist auch weg. Oh, der sind ja noch mehr im Haus. Verzeihung, habe ich was von einer Pause gesagt? Ach, wo lasst du ihn? Oh, den. Den erledigen. So, renn weiter. Das wird nix mehr. Renn weiter. Renn weiter. Panzerfaust. So, scheit' den aus. Hier sind wieder 5000 Russen. Ja. Scheiße. Das wird nix, Alter. Ja, ich muss wieder vorrennen. War nämlich kurz davor, den Vollzug kriegen. Du darfst aber nicht so schnell hinter mir hinterherkommen, du musst hinter mir aufräumen. Du warst doch vorne und dann bist du auf einmal zu mir wiedergekommen. Obwohl ich mich hinten... Ja, weil du zu weit vorne warst. Am Anfang waren noch welche. Die mach ich dann, weil die kommen dann aus dem Haus rausgelaufen. Ganz am Anfang. Der stand da an der Mauer. Ja, die kommen dann auf die Straße draufgelaufen. Deshalb bin ich ja vorgelaufen, weil ich das vorhin schon beobachtet habe. Willkommen bei Overkillers. Hier kommen wir immer wieder. Okay, viel Glück. Am Lauf. So, jetzt gehst du. Ja, los. So, die lasse ich dir ja alle. Ja, die kommen alle raus. Da, das ist schon der erste. Da ist der zweite. So, ich hab die Panzerfaust alle gemacht. Das sind der dritte. Oh, das muss ich hier quer durch die Häuser laufen. Das ist echt kacke hier. Na komm, schalte doch aus dem Folie. Oben, der ist Sack. Fast geschafft. Viel Zeit bleibt eigentlich nicht mehr. Sind hier nur so viele. Das sind hier so viele, Alter. Wo kommt die alle her? Ja, weil ich diesmal nicht ausgeschaltet habe vorne. Meine Fresse, ey, scheiße. Das ist doch nicht so einfacher. Ja, der vorne, der hat mich gerade aufgehalten. Ich hätte jetzt L2 drücken können. Und was hast du nicht gemacht? Ja, weil ich nicht drücken konnte, weil ich ja mittendrin war, den Messer von meinem Hals wegzuholen. Ja, der auf dem Dach. Den musst du halt wirklich zuerst. Ja, komm doch. Jetzt komm doch! Jetzt steckt hier auf einmal einer drin. Wo kommt der denn jetzt her? Der ist da, wo wir gestartet sind. Alter, was soll denn der scheiße? Tach, komm. Killed. Verkehr sie, die haben mich im Visier. Dein Problem. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Boah, die laufen alle weg. Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Scheiße. Ey, die laufen alle weg. Da laufen drei Typen an mir vorbei und hauen ab. Gehen stiften. Dann muss ich erst mal wieder komplett zurücklatschen. Ey, wir müssen das schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder? Doch. Willkommen bei Overkillers. Das ist schon wieder einer hinter mir. Das gibt's doch nicht. Oh, bei mir dürfte jetzt keiner mehr sein. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Komm, dann. Allee, dir den doch. Ey, mir fehlt wieder so ein bisschen. Das ist noch mal. Ey, Mann, ich wollte gerade L2-3. Und? Ja, da war die Zeit vorbei. Ich kriege jetzt gerade hier hinten irgendwie voll schlecht Punkte. Ey, war vorher besser. Warte mal, ich muss vorrennen. Ich muss hier vorne welche mitnehmen, sonst schaffe ich das nicht. Willkommen bei Overkillers. Hier, komm. Viel Kleck. So, komm, geh zu. Mach oben den auf dem Dach. So, jetzt geht's. Da. Na, die blöden Säcke in den Häusern drin. Die stören mich. Ja, mach du die da. Ich renne ja hier schon her. Fürs Ausdruck bezahle ich euch nicht. So, ey, jetzt hab ich nur einen Einzigen gekriegt dafür. Boah, jetzt hab ich hier so einen Megatypen. Scheiße. Weiter so. Komm mal her, hier, du Bastard. Viel Zeit bleibt euch nicht mehr. Das wird wieder nix. Scheiße, kurz davor. Boah, Alter, das ist richtig knapp hier, Overkill zu kriegen. Ich hab hier hinten, wenn ich hier vorne ein paar Able, hab ich hier hinten schon genug zusammen, dass ich eigentlich Overkill bei kriegen könnte. Aber irgendwie krieg ich hier manchmal nur einen Strich. Obwohl ich da drei Striche kriegen müsste für den mit der Machete. Granate schmeißen. Ja, hab ich ja eben auch gemacht. Das ist hier voll kacke, dass sie da in den Häusern rumäugeln. Die muss halt wirklich gleich Blickballern. Hier. So, zack. Bünder. So geht das, Mann. Ja. Scheiße. Jetzt hab ich genug drauf. Ja, da mach. Ich bin tot. So, komm zur Fahrt. Drück doch. Genau. So, komm zur Fahrt. Die sind noch welche. Ich bin auf dem Dach. Um auf dem Dach ist einer gewesen. Ja. So, ich hab den ja alle mal. Willkommen noch welche. Da kommt ein Rambo. Den schnapp ich mir. gut fast geschafft los komm schnell rein hier, schnell 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 sieben kunden, fünf, sechs seid ihr müde? ihr seid ja fast eingeschlafen ohhh alter schalter na der leck mich doch fett geschissen alter mach auf und los los jetzt ladies ah das ist mit wobei das auto eingeschrieben möglich ach so ein rambo da vorne ja ja ich seh der ist weg das hier war vergessen also ja ne ich bin ja nur schnell durchgeflitzt hier hast noch ein vergessen auf dem dach ja klasse wäre gut wenn du jetzt um die vollkriegen könntest haha ja hier ist das auto hier ist das auto ich bin drin ne warst du nicht ne aber da war nur einer übrig ja weil du die vergessen hast so so hu dann doch mal pfff ey du das müssen wir einfach schaffen jo danach spiel ich so schwer durch das schaffst du sowieso nicht wir kommen bei overkillers hier komm viel erfolg so jetzt können wir los jetzt geht's jetzt geht's das hier wir wir auf dem dach jedoch nicht weg boah ich schieße auf den ey gibt's nicht ja wieso ja mich hat keine ahnung die ganze zeit versucht den mit Messer zu erledigen irgendwie hat das jetzt nicht geklappt hier ich hab da R3 gedrückt wie bescheuert und nichts passiert viel zeit bleibt euch nicht mehr ne das schaffen wir nicht mehr nochmal waren noch 3 sekunden bei mir waren noch 3 sekunden bei mir war 0 ne bei mir waren 5 nur weg und rumgerinnend um die Ecke waren 5 sekunden am Ende das ist scheiße hier mit den häusern dass die sich da drin verstecken da musste durch die Häuser durch und die erst alle matsch machen das ist das alles am stück durchrennen das alles am stück schaffen muss dass die checkpoints nicht einzeln zielen ja leider ist das so ja Willkommen bei Oberkillers hier kommen eure Befehle ok viel Glück ihr kennt eure Befehle also auch nein gut scheiß sie aus ja ich nehme mal den aufm Dach weil der am schwierigsten ist ja jetzt muss ich wieder das Haus durchrennen hier ist wieder so ein Fettsack ja ja hier auch so jetzt muss ich alle haben so hier haben wir noch ein paar Sekunden hier kommt nochmal ein Vetter ja los komm fast geschafft danke euch bleibt nicht mehr viel Zeit wenn du kannst dann mach ich kann nicht das war noch nicht zu Ende bei mir die Zeit ohne Mist war auch nicht die ist immer vorher schon weg verstehe ich wenn ich so einen Typen am Hals habe mach den mal bitte nicht tot weil dann gibt es nur zwei Striche anstatt drei ja aber ich krieg doch auch Striche ja aber ich hab dann eh weniger und wenn das zwei dreimal vorkommt sind das schon drei Striche weil ich lass den extra das Messer schön weiter mit dem Hals ran machen bei dem Krieg 2 Punkte für die Abwehr und nochmal 2 vielleicht unendlich oder manchmal auch 3 nein du kriegst immer 3 Punkte so auf jetzt los jetzt Ladies Feuer frei ich probier Migrate Migrate die was? Migrate wenig nütch ihr werdet doch nicht das ich weiß ja nicht was du gemacht hast hab doch nur geballert aber halt äh Ding du kannst dann mach du kannst dann mach ne ich kann nicht bei mir sind doch nicht mal ansatzweise voll mir auch nicht viel Zeit bleibt euch nicht mehr jetzt war auf Null ja 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 einen mach ich noch alter ich fand suchst ja hier nicht Ewigkeiten alter das ist ja ne doch ich würdet voll haben würdet würdet schaffen schaffst du doch gar nicht da kommt ja noch eine Mission ohne ne ja 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 das ist ja wie du du ne du